Wenn man Bilder aus Lutherstadt Wittenberg sieht, kann einem der Atem stocken. Die Stadt der Reformation beeindruckt mit mittelalterlicher Pracht. Gleich vier Orte tragen hier den Titel Weltkulturerbe. Neben der aufwendig sanierten Renaissance-Stadt bietet Wittenberg seinen Einwohnern und Gästen ein naturnahes Paradies direkt vor der Haustür. Das Biosphärenreservat Mittelelbe, ein Lebensraum für seltene Pflanzen und Tiere. Die Mischung aus Natur und Urbanität zieht jedes Jahr zehntausende Touristen an. Sie erleben hier das ganze Jahr über viele kulturelle Höhepunkte, Konzerte, Festivals oder Veranstaltungen rund um Martin Luther. Der Stadt der Reformation gelingt es, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft spannend miteinander zu verbinden. Die Lutherstadt Wittenberg hat eine großartige Geschichte, aber wir wollen mehr sein als nur Reformationstadt. Wir wollen nicht nur nach hinten schauen, wir wollen über die Lutherstadt Wittenberg hinaus auch Industrie-Kulturstandort sein. Wir wollen ein moderner Kongress- und Tagungsstandort sein und wir wollen natürlich die Stadt an der Elbe sein. Zum Kapitel Zukunft gehört in jedem Fall die Hundertwasserschule. Fantasievoll in der Architektur, Visionär in der Didaktik. Reibung erzeugt Hitze, aber auch Fortschritt. Physikunterricht in einer zehnten Klasse. Thema das aerodynamische Paradoxon. Statt klassisch-frontal wird Wissen hier als expressionistisches Kammerspiel vermittelt. Querdenken, über den Tellerrand hinaussehen, der Gedanke eines Europas der Vielfalt wird hier gelehrt und gelebt. Auch mit einem regen Schüleraustausch in viele Länder. Wittenberg ist grün und für mich bunt. Eine Stadt voller Musik. An der Elbe. Im Fluss. In Wittenberg sind wir aktiv. Offen und tolerant. Wir denken quer wie Martin Luther. Ökonomisch ist Wittenberg längst in der Gegenwart angekommen. Die Wirtschaft wächst, weil Unternehmen hier optimale Bedingungen vorfinden. Der Standort ist breit aufgestellt. Von der chemischen Industrie im Agrochemiepark über den Gemüseanbau in einer der größten Tomatenplantagen Europas bis hin zu hochinnovativen Start-ups. Ein Beispiel dafür das Unternehmen Tessvolt. Hier werden große Batteriespeichersysteme entwickelt und produziert. Tessvolt bietet Lösungen für die Zwischenspeicherung regenerativer Energien. Wir arbeiten in der Stadt der Reformation und werden mit unserer Geschäftsidee den gesamten Markt reformieren. Mit seinen 95 Thesen hat Martin Luther vor 500 Jahren die vergangene Welt verändert. Manche Äußerungen des Reformators sind umstritten. Aber sein Mut querzudenken, Grundsätze in Frage zu stellen, wirkt bis heute nach. Auch und vor allem in seiner Heimatstadt. Die Lutherstadt hat ihr historisches Erbe erhalten und weiterentwickelt. Heute strahlt es in die ganze Welt hinaus. Ich sehe, dass mein kleines Wittenberg sich schön herausgemacht und auch modern herausgeputzt hat. Und hoffe, dass es weiterhin ein Treffpunkt kluger Menschen und innovativer Ideen bleibt. Das ist ein Treffpunkt. Das ist ein Treffpunkt. Das ist ein Treffpunkt. Das ist ein Treffpunkt.